Unsere Umwelt ist dreidimensional, unsere Bauwerke sind dreidimensional und wir haben jetzt auch die Technologie, dass wir diese Welt auch dreidimensional planen können, visualisieren und abbilden können. Und dieser Schritt von 2D auf 3D kommt jetzt ganz massiv mit BIM. Dann passiert noch etwas in der Planung vor allem. Das, was bei geografischen Informationssystemen schon ganz lange der Fall ist, nämlich wir kennen Objekte und Objekte sind toll, weil da können wir Informationen dranhängen. Und das gab es bisher in der CAD-Welt des Konstruierens in der Form nicht. Da war eine Linie, einfach eine Linie und wusste von sich selber sonst nichts. Und jetzt kommt dieser Objektbezug auch in die Planung, in die Modelle. Dann passiert aber noch was anderes, nämlich wir brauchen auch oder wir verändern auch unsere Prozesse, wir digitalisieren auch unsere Prozesse. Und ganz besonders ist hier einfach der Prozess des Daten-Informations-Managements zu nennen. Wir haben eine zunehmende Menge an Daten-Informationen. Nicht nur, weil wir Menschen diese generieren in unseren Autoren-Softwaren, sondern auch, weil das Internet der Dinge, weil Sensoren jetzt einfach massiv mehr Daten produzieren. Drohnen und Laser überschwemmen uns mit Punktwolken und mit Daten. Und wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Datenmengen Herr zu werden. Eine der wirklich großen Herausforderungen, die wir alle, glaube ich, kennen, ist wirklich eine zunehmende Informationsflut. Also Punktwolken mit Terabyte großen Datenmengen sind überhaupt keine Seltenheit mehr, sondern eher die Normalität an Projekten. Aber es gibt noch was anderes und das sind eigentlich wir Menschen. Denn gucken wir doch mal auf uns selber. Also ich kann da für mich sprechen. Meine Festplatte oder mein Laufwerk, auf das ich zugreife, ist lange nicht so aufgeräumt, wie ich es gerne hätte. Auch ich verschicke Anhänge per E-Mail an fünf Leute und dupliziere damit Daten in einem wirklich großen Ausmaß. Wenn wir das übertragen von uns selber als Einzelpersonen auf Organisationen, dann sehen wir, dass viele Organisationen im Moment merken, sie stehen nicht da, wo sie stehen müssten, um jetzt zu digitalisieren, um nach vorne zu gehen, weil sie eigentlich erst mal aufräumen müssen, weil sie ihre Stammdaten in Ordnung bringen müssen, ihre Silos von Informationen und Daten aufbrechen müssen und da erst mal eigentlich die Voraussetzungen schaffen müssen für eine richtige Digitalisierung. Die großen Herausforderungen sind wirklich dieses Managen, dieses Steuern der ganzen Vorgänge und diese standardisierten Prozesse. Und da versuchen wir jetzt eben auch einerseits uns Technologien zu holen. Das heißt, der BIM-Begriff dafür ist das sogenannte CDE oder die Common Data Environment, Gemeinschaftliche Datenumgebung. Das ist einerseits eben eine Plattform, auf der wir Daten sicher ablegen können und darauf zugreifen können. Aber dort hält es nicht auf, denn solche Plattformen haben wir auch schon lange und die sind nicht besonders beliebt, weil auch die werden wieder sehr schnell zu Datenfriedhöfen. Das heißt, wir brauchen auch hier wieder bessere Prozesse, dass wir die Daten eigentlich zugänglich machen. Jetzt gibt es da ganz spannende Entwicklungen, nämlich, dass wir eigentlich so diese CDE der nächsten Generation sehen. Also etwas, was tatsächlich den Datenhaltern, den Betreibern von Anlagen und Gebäuden hilft, projektübergreifend ihre Daten auch wirklich zu verwalten. Und hier kommt der Begriff, haben Sie vielleicht schon gehört, des digitalen Zwillings. Digitale Zwillinge sind virtuelle Kopien von Räumen, oder Anlagen oder Bauwerken. Also wir haben nicht nur eine geometrisch korrekte oder vielleicht hoch anschauliche digitale Kopie eines Raums, sondern dieser Raum oder diese Anlage hat eigene Objekte und auf diese Objekte kann ich klicken und dann kann ich dahinter Informationen, auf Informationen zugreifen. Also zum Beispiel kann ein 3D-Modell mit Objekten verknüpft sein mit einem SAP-System zum Beispiel, in dem die Daten geführt werden. Und so kann ich verschiedenen Menschen in verschiedenen Funktionen, die nicht speziell darauf trainiert sind, sehr schnellen Zugriff auf Informationen haben, die sie für ihre Arbeit dringend brauchen, die aber vielleicht in ganz anderen Systemen vorgehalten werden. Und das ist eine ganz spannende Technologieentwicklung, die einhergeht mit Prozessentwicklung, die wir derzeit beobachten. Da kann ich gerne mal von einem Beispiel berichten, was bei der Deutschen Bahn entwickelt wurde, die ja nicht immer als Vorreiter für Innovation in Deutschland angesehen wird. Aber hier wurde zum Beispiel eine digitale Weiche entwickelt, die tatsächlich in jeder einzelnen Komponente ihren technischen Platz des SAP kennt und damit verknüpft ist. Jetzt kann man sich vorstellen, an einer Weiche ist etwas kaputt und der Weicheningenieur geht jetzt vor Ort, hat ein Tablet dabei und kann dieses Tablet vor diese kaputte Weiche halten. Dann findet ein Erkennungsprozess statt und aus vielen, vielen hunderten weichen Modellen wird das weichen Modell geladen, vor dem er gerade steht und in dem etwas kaputt ist. Er lädt das auf sein Tablet und er bringt es zu einer Explosion. Das Modell der Weiche zerfliegt in seine Einzelteile und er kann, weil er ist ja der Ingenieur, er weiß ja, was kaputt ist, er klickt auf das kaputte Teil und er kann damit schon den SAP-Bestellvorgang für dieses kaputte, defekte Teil auslösen, sodass der gesamte Bestellprozess und Lieferprozess unglaublich verkürzt wird und viel weniger fehleranfällig wird natürlich. Also das ist so ein Beispiel, wo wir enorme Effizienzgewinne sehen, durch einen solchen digitalen Zwilling. Wir müssen wissen, wie verschiedene Bauwerke, aus denen diese smarte City besteht, wie die funktionieren, was sie für Bedürfnisse haben und wie die Menschen mit diesen Bauwerken interagieren. Und da sind wir wieder genau beim Thema, da sind wir wieder bei Daten und Informationen über Bauwerke. BIM ist ein Werkzeug, was uns hilft, diese Dateninformation erst mal während der Planung dieser Bauwerke überhaupt erst mal zu generieren, dann aber auch nachher nutzbar zu machen und in den Betrieb zu übergeben oder auch schon vorher durch clevere Analysen eines Bauwerks und seines späteren Verhaltens auch schon eine Optimierung des Bauwerks und sein Verhalten über den ganzen Lebenszyklus zu erzielen. Also da ist ein ganz direkter Zusammenhang, wie BIM hier wirklich Verbesserungen im massiven Umfang erreichen kann. Diese ganze VR- und AR-Welt, also diese ganzen Realitäten in verschiedenen Abstufungsgraden in eine vollkommene Eintauchen in die virtuelle Welt oder Überlagerung der virtuellen und der realen Welt, sind natürlich auch alle angewiesen darauf, dass ich eine solche, ein virtuelles Modell, einen digitalen Zwilling, einer Anlage, einer Maschine oder eben auch eines Bauwerks erst mal habe, um dann damit zu interagieren. Und da sehen wir ganz tolle Entwicklungen, gerade im Bereich von Training und Schulungen. Einerseits können wir dadurch Schulungen sehr viel sicherer machen, indem wir zum Beispiel Arbeiten, die in großer Höhe durchgeführt werden müssen oder in vielleicht kontaminierten Bereichen oder so etwas. Wir können die Leute an den digitalen Modellen ganz anders vorbereiten und ganz anders trainieren und auf eine solche Situation vorbereiten. In dem Zusammenhang mit diesen VR-Welten und AR-Welten und Schulungen sehen wir eben Gamification als einen riesen Motivator. Wir können über Spieleansätze und indem wir Prozesse wirklich vereinfachen, verspielern, können wir ganz andere Lernerfolge erzielen. Also ein Training, was vorher vielleicht langweilig war oder sehr mühsam, das wird auf einmal, wenn es in einer Spieleumgebung dargereicht wird, dann kriegt es eine ganz andere Motivation oder einen ganz anderen Lernerfolg auch. Und das ist dieses Gamification. Die Betreiber großer Anlagen, die ja in der Regel auch gleichzeitig Bauherrn sind und Auftraggeber sind für viele, viele Projekte, die dann eben über Aufträge in die Lieferkette gegeben werden, die haben ja ein ganz großes Interesse an den Daten über ihre Bauwerke. Die müssen verstehen, wie ihre Bauwerke funktionieren. Und diese Daten sind sehr vielfältig. Die sind sehr stark, kommen diese Daten aus der Vermessung nach wie vor, werden jetzt mit anderen Technologien zum Teil aufgenommen. Die Drohnen haben einen unglaublich starken Einfluss ausgeübt, werden jetzt sehr, sehr viele Drohnendaten erhoben. Zu Recht, denn sie sind schnell verfügbar. Sie sind von hoher Qualität. Sie sind fantastische Datenquellen. Und da gibt es eben viele, viele andere technologische Entwicklungen. Und jetzt stehen eigentlich die Besitzer dieser Daten vor der großen Herausforderung, diese verschiedenen Datenquellen irgendwo zu homogenisieren, zusammenzuführen und daraus einen Sinn zu ergeben, sie nicht mehr in ihre eigenen Silos zu sperren, sozusagen. Und wenn wir eben es jetzt schaffen, über Objektmodelle und über digitale Zwillinge eine Verflüssigung der Daten oder ein Wandern der Daten von Silo zu Silo herzustellen und einen intuitiven und schnellen Zugriff zu schaffen, dann haben die Betreiber da, glaube ich, erhebliche Vorteile, die sie daraus ziehen können. Die ganze Digitalisierung wird auch nicht an der Wertschöpfungskette Planbauen und Betreiben vorbeiziehen. Wir sehen das auch, dass es durch die Politik jetzt kommt. Wir sehen es verankert in Koalitionsverträgen, in verschiedenen Papieren. Der Druck ist da. Und in der Tat ist es so, viele Organisationen fühlen sich gezwungen, sich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir sehen gerade im öffentlichen Bereich schwierige Verhältnisse dafür. Da fühlen sich auch wirklich viele Leute jetzt überfordert und fühlen sich zu etwas getrieben und haben auch aufgrund der fehlenden Praxiserfahrung in Deutschland noch nicht erlebt, wie toll das sein kann, wenn man das macht. Und wenn Sie mal in so einer Umgebung gearbeitet haben, wo Sie wirklich Systeme hatten, die auf Ihre Bedürfnisse so gut abgestimmt waren, egal ob Sie offline waren oder online, Sie konnten immer arbeiten, Sie hatten immer die Informationen. Sie hatten aber auch nicht zu viele Informationen, sondern das, was Sie brauchten. Dann wollen Sie davon nie wieder weg, das schwöre ich Ihnen. Aber wir brauchen noch ein paar mehr von solchen Projekten, damit da mal der positive Funke gestartet wird, damit man mal erlebt, wie das ist.